Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich noch zum dritten und letzten Mal in unser Vereinsgeländetraining. Und zwar ist heute das dritte Training in Avange. Und ich hoffe, dass ich dort ein paar Sprünge üben kann, die auch im Derby drin sind. Die am 30. August stattfindet. Und die ziemlich berüchtigt ist, dass immer noch die Hälfte ausscheidet. Und dadurch habe ich mich endlich gedroht, mich dort anzumachen. Und ich hoffe natürlich, dass wir nicht zu dieser Hälfte, die ausscheidet, sondern zu denen, die hinterher auskommen. Auch bis dann geht es noch lang. Heute gehen wir mal ins Training. Mal schauen, was wir machen. Ich wünsche euch viel Spass beim Video. und wenn ich mit ihm stimme, willkommen, Elliottin auf信stehen. Ich bittesch wahrscheinlich mit aucunem Trip?!? xicoiba. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020